Servus Leute und herzlich willkommen zu der neuen Runde Rainbow Six Siege im Ranked heute auf der Map Clubhouse und ich wünsche euch viel Spaß um zu schauen. Hinten vom Tunnel kommen sie auf. Der war hinten gerade bei der Tür. Garage ist immer noch keiner. Fletch müsste irgendwo bei dir sein, Kapkan. Ah jetzt hinten ist er. Hinten am langen Gang an der Tür ist immer noch einer. Der kommt jetzt zu dir, Kapkan. Fuse kommt noch. Nicht in die Schusslinie des Affeuers. Da war auch noch Fuse, warte. Der ist nämlich hier. Blitz, der verbleibt der Gegner. Fass gar nichts im langen Gang. Nicht da gar nicht. Also Garage kommt immer noch nichts. Bei mir. Ach, hör mal. Da sind wir noch dahin. Das ist meine Oma. Genau. Ähm. Jäger, der sieht deine Beine, ne? Äh. So kann er auch deine Beine sehen. Fünfzehn Sekunden. Na, der kommt gleich durch den Ball. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Die Beine. Dankeschön. 撃. Guck, guck. 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 debeambung unbekannt erlaubnis zum angriff drei türe war gerade da noch eine drohne drin also kann ich nicht ich habe eine drohne drin und unten war so wohl sein rechts gleich rechts fahr mal bei der Drohne einmal in Gang, dann kann ich nämlich gucken dann kann ich dir Bescheid sagen Nein, in Gang, falls sie hochkommen weißt du, da hinten beim Eingang hier ist eine Kasselwand die Ladung ist fertig Arbeit nein, nein, ich kann Oh. Los, hier sind drei Leute drin. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Oh. Oh. Mit Sicherung des Behälters beenden. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 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 Wir müssen so schnell wie möglich zweimal wegkriegen. Ja, entspannt, ich bleib' da liegen, ich bewege mich nicht, ich weiß, ich will nicht. Hallo, ich hab den gemessert! Oh, wow! Ne, Twitch war da. Ach komm, was ist denn los hier jetzt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also oben muss ich weit gehören. Ich habe auch nicht mehr gehört. Wir sind aufということで ein paar Bereiche. Ich hab die Flucht und die Flucht und die Flucht gehören. Ich hab die Flucht und die Flucht. ich habe einen angeschossen mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert abkauf ich habe zu ich habe keinem die gar nicht ansetzen der zweite ist auch noch da oben irgendwo ich schaue schon oben danke sehr gut nein aber ein nachkommen mal wieder international es kann nicht sein hey lass mich kommen bist du ein idiot einen eigenen trupps verbleibt nur noch ein gegner übrig der drohne kommt jetzt 3 gegner sichern die in bio gefahrens behälter sofort eingreifen 15 sekunden zeit läuft in zehn sekunden ab ich war schon um die ecken oder weiter zum standort des bio gefahrgut behälter achtung ein jäger ist weg okay oh mein gott alle treppe jäger und valkyrie poli miss geworden ist oben und einer ist unten rechts in der ecke behälter sichern ja ich kann die alten vom rhein kommen wir kommen wie sie will heute hat wie ließ erfolgreich wir haben keine kirche Prozent so ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja könnt ihr gerne einen Daumen und Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal man trifft sich